Musik Teire Zuhörers, das ist Proste Jüdisch, eine dankbare Sicht zu hören. Heute haben wir eine literarische Episode. Unser Gast, Lorenz, hat geschrieben ein Bücherrezenzier und ich will reden ein bisschen wegen Beschevesen, eine größere Figur in der jüdischen Literatur. Ist gut, lass mich hören ein bisschen Jüdisch. Proste Jüdisch! Musik Von Zeit zu Zeit frage ich bei euch meine Teire Zuhörers. Wegen was soll man reden? Ich will aber wissen, was verinteressiert euch. Und ich hoffe mal bekommen ein Führerleg, als ich soll reden wegen dem Schreiber Jezach Basheves Singer. Gut, aber was soll man sagen wegen ihm? Basheves ist einmal gewesen der seine bekannteste jüdische Schreiber auf der Welt. Er hat geschrieben eine Sache und seine Bücher seien übergesetzt geworden auf alle Sprachen. Er hat gehad ein größter Erfolg, befreit auf Englisch und bekommen den Nobelpreis für Literatur. Der einzige jüdische Schreiber, der gewonnen hat die Prämie. Aber er ist auch eine kontroversielle Figur. Ist, lass mich reden ein bisschen wegen Beschevesen. Bescheves ist geboren geworden in 1904 in Lentschin, eine kleine Polische Städte. Sein ämteres Nomen ist gewesen Jezach Singer. Und er hat genommen dem Nomen Basheves Jahren später von sein Mames Nomen Bashever. Sein Tate, Pinchas Mendelsinger, ist gewesen ein verbrennter Chussed, sehr ein frohmer Mann. Sein Mame, Bashever, ist gewesen mehr skeptisch, ein Rationalist. Und als man lehnt Basheves, sieht man ein Interess, sei in Mystizism, sei in moderner Rationalism. Es seien geweihen drei Kinder in der Mischboche. Jezach, sein älterer Bruder Jesroel Jeschuer und seine ältere Schwester Hinderäste. Alle drei seien gewonnen Schreiber. Jesroel Jeschuer hat gehad a größen der Volk. Und teile Menschen halten es er is a bessere Schreiber wie Bashevesen. Er is gestorben gorjung. Hinter Esther hat geschrieben unteren Nomen Esther Kreitmann. Und ihr Leben is gewann gorschwer. Men sagt, dass Basheves hat ihr schlecht behandelt. Der M.S. gesagt, Basheves hat efsche schlecht behandelt a Sachfreuen, areingerechnet sein Weib Alma Wassermann. Sie ist euch gewann kontroversier wegen Schmutz, was Basheves hat geschrieben. Er hat geschrieben a Sach wegen Sex und nicht nur zwischen Chassene gehad. Men hat gesorgt, dass er vierte Reihen Schmutz in der jüdischen Literatur. Sie ist doch eine Sache, was zu sagen wegen Bashevesen. Aber sein Werk hat gehad a gewaltigen der Volk. Zwischen sei der Kunzenmacher von Lublin und der Knecht, Gimpel Tam und Jentl der Yeshiver-Buche. Sie seien meistens von Mizrach Europa und Amerika, von Menschen und von Schäden. Sie spiegeln ab die Spannung zwischen Modernisem und Traditier. Und sie haben etwas, um uns zu sagen. Basheves ist euch gewann sehr ein guter Redner. Und sie ist gedei, zuzuhören zu den Rekordierungen von seinen Reden. Ich will stellen ein paar Links in einem Transkript und ihr könnt hören sein schön Warschwe Jiddisch. Ich habe getroffen mehr wie ein paar Studenten, was einen gekommen zu Jiddisch zu lieben Basheves. Hat ihr lieb zu leiden seine Romanen und meistens? Schule Malachim. Ich heiße Lorenz. Ich komme von Deutschland. Ich habe letztens ein Buch gelieint, wenn die Malachim verlassen haben die alte Heim. Was ist heraus in 2022? Von der Mechaber Sascha Lam. Es ist ein Englischbuch, was hat gewonnen jüdische und queere Preise. Ich habe gewollt erzählen wegen der guten Maße, weil ich habe Freude gehabt, es zu leiden. Sascha Lambs erste Roman ist gleich wie jüdischer Terry Pratchett und Neil Gaimans Phantasie-Komödie, Gute Omens. Es ist wegen zwei Helden. Uriel, ein kleiner Asch. Was ist verkürzt von Aschmodei? Uriel ist ein Malach. Ein kleiner Asch ist ein Schäd. Was ist ein Beisergeist? Sie kommen von Städtl. Ein Miesrach, europäisches Dorf, also klein, aber es hat auf vielen nicht keinen eigenen Namen. Wie Malach und Schäd haben sie geholt, gar andere übernatürliche Zielen. Uriel muss helfen, jedem tun mitzweiß, der kleiner Asch prüft, sie abzuretten. Aber sie sind alle mal gewähnt zusammen in Schule und haben beide gelernt, teure, schon hunderte Jahre lang. Dort sind sie gewohnt, ein bisschen mehr gewohnt, einer zum Zweiten, in entwickelten Gefühlen von Menschheit. Wenn das junge Mädel Essie von Städtl wird verfallen, fahren Uriel und kleiner Asch auf ein Essier durch Warsche in Hamburg, Kanämerike. Aber die neue Welt nimmt sie nicht alle gut an, als sie haben gehofft. Wenn sie landen auf Ellis Island, sondern sie auf Zürich mit dem Immigratiebüro. Uriel und kleiner Asch leben immer die Geschichte von jüdischen Immigranten in die Vereinigten Staaten. Sie entdecken die Umrechte und Schwerkeiten, was die neuen Immigranten haben in New Yorks Lower East Side. In der Orme-Immigranter-Gegend treffen sei verdorbene Beamte Chachomim und nicht also Chachomim Rabbonim. Sei werden ein Teil von einem Kampf zwischen schottenigen Personen und einem Streik von den hungrigen Fabrikarbeitern. Außer die jüdischen Themis ist im Buch ständig voran jüdische Sprache. Für die Immigranten von Mizrach Europa ist jüdisch gewähnt sehr wichtige Sprache. Zu leinen dem Buch ist ein Scheinäufen zu lernen sich neue jüdische Wörter. Sascha Lem darzelt ein spannendes Maße zwischen die Welten, zwischen die Erdische und Himmlische, zwischen der Alte und der Neue Welt, zwischen der Tradition von dem jüdischen Städten und dem modernen New Yorker Leben. Es ist auch ein Queer-Romanz zwischen den Protagonisten. Me seht auch eine liebe Hassbeziehung zwischen Amerika wie die zugesagte Land und die jüdischen Immigranten. Als sie sagen, ganz Amerika könnt Backen Beigels in Gehirn nehmen. Ein Dank, Lorenz. Lorenz hat mir geschickt die Rezensie Punkt, wenn ich hab nur was gelernt dem Buch, wenn die Malochim haben verlost die alte Heim. Ja, Emes. Und sie ist mir takke gefallen. Ich hoffe, dass der Episode euch gefallen hat und ewig ihr leiden oder Sascha Lams Buch oder etwas von Bashevisen und euch bis euch lasst mir wissen, was ihr meint. Bis wir treffen sich wieder, seid gesund und redet dich. Bis zum nächsten Mal.